Also die Winkelsumme im Dreieck, ich habe einen Ritter und der geht spazieren. Die Winkel haben eine Richtung, das ist immer gegen den Uhrzeigersinn, also der läuft hier auf den Winkel Alpha zu, dreht sich, muss rückwärts laufen, Winkel Gamma, dreht sich, kann wieder vorwärts laufen, Winkel Beta, dreht sich, ui. Und jetzt steht er anders da als vorher, und zwar nämlich um 180 Grad gedreht. Also so hat er angefangen, Rotation, so, und hat eine 180 Grad Drehung gemacht und deswegen gilt die Winkelsumme, also alle drei Winkel gemeinsam machen eine 180 Grad Drehung.